Körperoptimierung 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 ist der Titel. Und der Untertitel der Erwähnung ist als Fantasievorstellung der Technik. Maschinen, wie die Phänologen meinen, so die meinen, oder wie der Technotheoretiker es womöglich ausdrücken würde, erweitern unsere menschliche Sinne und somit unser Bewusstsein. Unmittelbar damit zusammenhängt die Phantome generierende und süchtig machende Wirkung des Internets, das wäre das virtuelles Leben. Nach diesen phänologischen Interpretationen der Technik gilt sowohl den Transhumanisten als auch den Posthumanisten die Idee des sogenannten Enhancements des menschlichen Geistes und Körpers als Verbesserung, Steigerung, Optimierung. Ja, sogar als Menschenrecht. Doch Gunther Anders, Jacques Ellul, Jean Baudrillard, Bruno Latour, wohlgemerkt gegen den Strich gelesen, Theodor Odono und Max Hochheimer und vor allem Friedrich Nietzsche geben uns hier zu bedenken. Unser Verhältnis zur Technik ist das Erbe eines allzu modernen, das ist, wie ich meine, Cargo Colts. Was also passiert wirklich, wenn wir dieses im Blick auf die Wirkung von den Maschinen und wenn wir uns selbst als körperliche Wesen und die Welt nicht aus den Augen verlieren wollen? Um dieses zu besprechen, würde ich betonen, das ist von Kant, über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Das ist der Manuel Kant 1793. Zuerst zu betonen, wenn gar nicht das Anfangen in diesem Zusammenhang, ist die perfekte Fantasiewelt der Massenmedien, die Projektionswelt der Kulturindustrie, wie Theodor Odono und Max Hochheimer sie uns in ihrer Dialektik der Aufklärung für Augen führen, die genau beschrieben, wie sie schreiben, ich zitiere, kollektive und in unmäßig gesteigerte Projektion des ohnmächtigen Ichs eines jeden Einzelnen. Denn, das ist das Schlichtzitat, deren filmisches Ideal ist viel eher als Nietzsches Übermensch mit dem faschistischen Ideal à la Hollywood und Nationalsozialismus verbunden. Die Wunschbilder der Eugenik und der mit ihr zusammenzudenkenden Ideologien sind nämlich mit dem Faschismus des Zweiten Weltkriegs keineswegs von Erdboden verschwunden. Daher beseelt das Ideal vom optimierten Körper, Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter, die heutigen Debatten über Stammzellforschung, Klonen und ähnliches nach wie vor. Visionen vom perfekten und perfektionierbaren Körper stellen sich entweder gewissermaßen synchron ein, was die Optimierung als wir meinen Körper oder ihre Körper jetzt in diesem Moment angeht, oder aber Diakon. Sie zielen dann üblicherweise auf das mehr oder weniger Jahrhunderte in Anspruch nehmende Erforschen zukünftige Vorteile. Diese Visionen stellen den Schlüssel zur Ideologie des Transhumanismus dar. Mein erster Punkt betrifft also dessen Theorie. Der zweite Punkt zielt auf die Praxis. Betrifft also die Anwendung einen Aspekt eines solchen vermeintlichen Transhumanismus. Und hier muss man sagen, dass diesen Punkt, abgesehen von Aspekten, die die Fantasievorstellung eines Transhumanismus grundsätzlich rechtfertigen sollen, phytologischer Entwürfe, spezielle Forschungszweige, aktionistischer Imperative im weitesten Sinne überraschend wenig Raum gegeben wird. Vorstellungen von optimierten Körpern sind natürlich auch die virtuellen bzw. digitalen Projektionen, die heutzutage den Film, das Fernsehen und das Internet beherrschen. Die Vision von den Vorteilen einer Steigerung körperlicher Fähigkeiten geht wohl auf die Entwicklungsjahre zurück. Also der Lebensphase, in der die befeuernde Vorstellung über menschliche, sich spontan realisierende Fähigkeiten zu besitzen ihren ursprünglichen Ort hat und durch die dionysischen Rauschmittel Sex, Alkohol und Lifestyle Drogen zusammen mit der richtigen Art jugendlicher Musik noch unterstützt werden. Sicher ist jedenfalls, dass das Ideal vom optimierten Körper ein Ideal ist, welches mit Nietzsches Worten, ich zitiere jetzt den Tod, den Wandel, das Alter ebenso gut als Zeugung und Wachstum in dem Masse ausschließt, dass derartige Aspekte des organischen Lebens sämtlich als Gegensätze zum beständigen Optimum oder dauernder Hochstand des Lebens betrachtet werden. Nach Nietzsche entspricht dies dem philosophischen Ressentiment gegen das Leben, das in religiösen Erlösungsfantasien wie ihren gegenwärtigen wissenschaftlichen Sorgarten gleichermaßen zum Zuge kommt. So betrachtet kommen der Transhumanismus und der Posthumanismus eine durchaus labile Vorstellung von körperlicher Optimierung gleich. Jenseits der Wiedergabe dieses oder jenes Körperideals zieht dieser Begriff Technologien nach sich, die von den extrem tiefeninvasiven Eingriffen rund um den Kopf- und somit die Hirntransplantate, ich werde gleich darauf zurückkommen, bis zu der anderen chirurgischen Extremintervention, wenn man das so nennen möchte, nämlich eine Art vermutlicher prophylaktischer Euthanasie, betrachtet von den betroffenen Patienten, als Freeze-Frame des eigenen Lebenszeitreichen. Diese Perspektive unterscheidet sich von den moralischen, ethischen oder technischen Problemen der Euthanasie schlechthin, etwa dem Tod einer Verlängerung des Lebens in unträglichen Umständen vorzuziehen, was Kant, wie wir erinnern können, nicht gebilligt hat, weil sie den Tod selbst in einem technischen Kontext betrachtet, als an sich verbesserlich, anstatt das menschliches Leben und Sterben so zu nehmen, wie es eben von jeher gewesen sein ist. Dies wird wenigstens in den USA praktiziert, wo sich gewisse Sterbenskranche und offensichtlich auch ziemlich überreiche Leute dazu entschieden haben, ihre kranken Körper nach dem Tod einzuführen, um ihre Heilung sozusagen abzuwarten. Die Technik der Aufbereitung, Lagerung und Aufbewahrung kranker, genauer gesagt toter Körper, nennt man in Amerika Quionics. Sie ist mit der Erwartung verbunden, dass die durch die moderne Technik angekündigten, eines Tages einzutretenden wissenschaftlichen Fortschritte, die im Moment noch nicht hinreichen, um den Alten und Kranken eben diese Zukunftstechnologie zugutekommen zu lassen, später doch eingesetzt werden können, um die schockgefrosteten Patienten zu heilen, was in jeder Hinsicht ekstaunenswert sein würde. Was hier in der Erörterung des Techniken des Einfrierens und der Wahrung einer kontinuierlichen Stromstärke aufschimmert, hat im Blick auf die praktischen Details insofern einen Vorhang, als das ganze Unternehmen die Lösung für das vorzuzeichnen scheint, was man das Frankenstein-Phänomen oder Problem nennen könnte. Den promettisch optimierten Körper des frühen 19. Jahrhunderts, der sich aus verschiedenen Totenkörperteilen zusammensetzt und durch die jeweilige Technologie des Tages, die natürliche Elektrizität oder die Erleuchtung, das heißt den Blitz im weitesten Sinne, weh animiert wird. Die Kräonik geht davon aus, die Wissenschaft, das von Mary Shelley, die Frankenstein, Mary Shelley hat es die neue Prometheus damals genannt, im Sinne des Lazarus-Effektes, und man erwähnt sich an die Bibel, so in Analogie zur biblischen Geschichte, lösen wird. Die Toten ins Leben zurückzubringen, heißt hier, jene Kandidaten, weh animiert, so der technische Begriff zu können, um sie zu heilen vor das Gesetz. Natürlich, dass sich den Bankkonten in einer ordentlichen Verfassung befinden, die entsprechenden Quionikfirmen dazu noch solvent bleiben, das heißt über Jahrzehnte oder Jahrhunderte betriebsfähig, um auf diese Weise die Krankheiten ihrer Patienten durch die antizipierten Wunder, eine, das ist Apokalypse, könnte man denken, eine Eskotologie, eine Zukunftsmedizintechnik zu behandeln. Zu beachten ist dabei, dass die entsprechenden Heilungen fast immer dazu tendieren, mehr zu verlangen als das lediglich wiederhergestellte Leben, denn nicht selten ist der einzige Teil, der eingefroren wird, der Kopf, wie im Fall Walt Disneys, der wohl der berühmteste dieser Patienten ist. Walt Disneys Optimismus zeigt den marktvollen Einfluss Descartes auf in jede Diskussion, die sich um die Optimierung des Körpers dreht. Der Kopf oder Paus Prototo, das Gehirn, ist zugleich der Ort der berühmten Zirbeldrüse, in der Descartes die Seele oder den Geist oder den Kindenwesen oder eben die Res Cogitans lokalisiert hatte, die das Zusammenspiel mit der körperlichen Res Extensa ermöglicht. Vielleicht werden die Chironiker der Zukunft Geld sparen können, indem sie nur die Zirbeldrüse oder sogar nur ein Muster ihrer DNA einführen lassen. Andere Optimierungsstrategien, wie man will, beinhalten nicht chirurgische Verfahren oder nur sehr wie Botox minimale Eingriffe. Und das sind die eher üblichen. Hier geht es im Wesentlichen darum, durch kosmetische Prozeduren das Aussehen zu verbessern. Und dies wiederum schließt die Möglichkeiten der digitalen Welt ein. Das Ideal des optimierten Körpers beinhaltet, etwas mit den Körpern anzustellen oder noch allgemeiner den Körper so darzustellen, als ob man irgendetwas mit ihm angestellt hätte, ohne dass dies tatsächlich der Fall ist. Als Mann kann man beispielsweise ein Korsett oder ein schlankmachendes T-Shirt tragen, so dass es so aussieht, als habe man abgenommen. Oder man kann sich kleine Absätze in die Schuhe tun, um größer zu wirken, oder gefärbte Kontaktlinsen für blaue oder grüne Augen oder meinetwegen auch rote oder schwarze Augen für den populären Vampire-Look. Unabhängig von solchen prosthetischen Zutaten lässt sich der Körper auch durch ganz bestimmte Praktiken oder Übungen verwandeln, wie Foucault dies in der Gebrauch der Lüste und die Sorge um sich in seinen dreibändigen Werk Sexualität und Wahrheit detailliert beschreibt. Wenn man sich klar macht, dass die Diätetik in der Antike nicht nur die Ethik oder Moral betrifft. Die Sozialwissenschaftler betonen gerne den Aspekt der Disziplinierung, sondern zugleich einen praktischen Umgang mit Strategien des Körpervervollkommnung impliziert. Man kann sich das als eine Art Gebrauchsanweisung für eine Wöhmische Orgie vorstellen oder aber als heiße Tipps oder die Anweisung, mehrere Nächte in San Francisco inmitten der Schwulenbewegung der 70er, 80er Jahre voll engagiert zu verbringen und dann noch danach eine Geschichte daraus zu machen. Das heißt, am Leben noch zu sein. Praktische Diätetiken von heute sind buchstäblich Ernährungslehren, sei es im Falle der Magersucht oder der ihr eigenverwandten Bulimie, sei es im Falle allgemeiner Ertüchtigung, die eine gewisse Aufmerksamkeit in Sachen Ernährung verlangt, eben auch anexorieren und im Falle des Kampfsportes wie dem Ringen auch Bulimie. Bereits Nietzsche hat sich darüber lustig gemacht, dass das Ideal der Kalorienrestriktion a la Luigi Conaro, das über vier Jahrhunderte ganz oben auf der Liste stand, dennoch als durchaus unangenehme Weise sein Leben zu verlängern, angepriesen wurde. Unsere Theorien der Altersforschung oder Lebensverlängerung verfolgen da keineswegs neue Ideen, wenn auch die jüngsten Ergebnisse nahe legen, dass die Mäuse, die bei solchen Experimenten hungern, müssten im Endeffekt eigentlich kaum länger leben. Zusätzlich zur Diät gibt es die kosmetische oder Sportchirurgie, hierzu zählen auch Bluttransfusionen, sowie die Genitalverstummelung aus religiösen oder ästhetischen Gründen. Eine Wehe in Form der Körperoptimisierung, das wäre eigentlich ganz rein, wenn auch ethisch und technisch kompliziert, die Hormonbehandlung sowie Transgender-OPs für Menschen, die sich als Opfer dessen fühlen, was wir in Amerika als Gender Identity Disorder oder Gender Disphoria bezeichnen, buchstäblich in einem falschen Körper geboren worden zu sein. In diesem Kontinuum gibt es eine ganze Reihe kosmetischer Verfahren und Eingriffe, denen sich Leute, die unter solchen Dysmorphien leiden, zuversichtlich bedienen. Eines der berühmtesten Beispiele ist hier Michael Jackson, aber auch Arnold Schwarzenegger hatte sich zu einer chirurgischen Verengung seiner Kieferpartie entschlossen, um die Verwandlung vom Bodybuilder zum Filmstar möglichst glatt hinzukriegen. Selbst eine sehr alte Technik der Körperverbesserungssprecher von Bodybuilding, wenn wir an Platon denken, der die Praktiken oder Techniken des antiken Bodybuilders Milon beschreibt, er war ein Olympiasieger, ein täglich schwerer Schwergewicht sollte laut der Geschichte um ihm, das heißt Milon, regelmäßig einen Kalb auf seinen Schultern getrackt haben, bis es auch dank dieser Übung noch stemmen, als es zum Stier herangewachsen war. Um dies und Ähnliche noch dadurch zu fordern, bräuchte er der Milon auch zu sich und über einen bestimmten Zeitraum lang eine spezielle Diät vermehrter Protein zuführen. Täglich entscheiden sich Leute für kosmetische Eingriffe, um Junge auszusehen, einschließlich Facelifting und Baugschwaffung. Auf Englisch sagen wir Tummy Tucks, so der niedliche Ausdruck für eine ziemlich hassliche Prozedur. Oder Liposuction, was ein freundlicheres Wort ist für das, was in Deutschland schlicht Fettabsaugung heißt. Damit einhergehen die oben erwähnten rhenoplastischen Korrekturen, einschließlich der Nasenimplantata gegen den Michael-Jackson-Effekt oder der Brustimplantata, sei es für Frauen oder auch für Männer, um auch ohne Fitnessstudio zu einer muskulären Brust zu kommen oder einen sogenannten Six-Pack-Bauch vortäuschen zu können, ohne sich tagtäglich neu daran abarbeiten zu müssen. Technische Strategien der Körperoptimierung haben für gewöhnlich etwas von einer Art High-Tech-Schuss gegen die Ungeduld. So steht der Wunsch nach dem schnellen Schuss auch hinter Gunther Anders' Neuerzählung von Goethes Zauberlehrling. Eine Geschichte, die uns weniger als ein wahrendes Beispiel denn als eine prophetische Fantasie interessiert. Wir nennen es Fantasie. Ich werde noch zu dem Punkt zurückkommen, den anders als den für Goethes Erzählung charakteristisch hervorhebt, nämlich ein Gebilde unter seiner Kontrolle zu bekommen, das man selbst herbeigerufen hat. Und das uns eine Präzision abverlangt, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Also das Problem der Automatisierung, das anders als das Problem der Verkörperung unseres Traums vom entfesselten Dien erfasst, zuletzt die Fantasievorstellung des Lehrlings, der seine Arbeit wie ein Roboter verrichtet. Und siehe da, der Verwandte gehorcht, das ist anders, ich zitiere, selbstständig machte er ans Werk. Nein, er gehorcht zu gut. Er gehorcht schließlich fürchterlich gut. Denn wie selbstständig er seinem neuen Beruf sich nachkommen mag, seine Selbstständigkeit wieder aufzugeben, dazu ist er nicht selbstständig genug. Kurz, den Weg zurück kennt er genauso wenig wie sein Herr, der Lehrling, der ihn auf den Weg geschickt hat. Automatisch, blindlings und ohne sich mindestens für die Effekte seines Tuns zu interessieren. Also automatisch. Anderes Grundgedanke in diesen Überlegungen von 1980 ist der, dass wir zu eben solchen Zauberlehrlingen alle von uns geworden sind. Und dass wir diese Tatsache keineswegs wie Goethe mit Entsetzen, das ist anders Vorkabel, oder Ekel, wie Nietzsche in seiner Anspielung auf Goethe und die moderne Sozialpolitik schreibt, begegnen. Auch Nietzsche macht hier den Begriff des Fortschritts mit Blick auf seine Konsequenzen zum Thema oder im Blick auf das, was wir heute in einem wenig erstaunlichen Gegensatz zu so den Kollateralschaden der realen französischen Revolution nennen. Nach anders befinden wir uns heute im verwüsteten Zentrum ungewollter, durch unsere Technologien hervorgerufener Folgewirkungen und zugleich im Zentrum all dessen, was Jacques Ellul la Technique genannt hat. Und das gilt bis zu diesem Tag, auch wenn wir Autoren wie Paul Vavillio und Jean Baudrillard immer weniger um Willen ihrer Einsichten in das Wesen der Technik lesen. Das Geflecht dieser technischen Konstellationen, Heiliger spricht nicht umsonst vom Gestell, stößt uns ununterbrochen zu. Das passiert uns pausenlos, sofern wir da überhaupt noch von passieren reden dürfen. Das Problem besteht verandert darin, dass Goethes, märchenhefter, sauber Lehrling sich als geradezu beneidenswert entpüppt im Vergleich zur heutigen Kondition Humana, in der das Wahnsinnige, statt aufzufallen, gerade die Regel ist. Und tatsächlich ist gerade dies unser erklärter Ehrgeiz. Wir sehen die automatische Wirksamkeit unserer Produkte als die, wie Anders schreibt, Garantie dafür, dass auch unser eigenes Dasein glatt funktionieren werde und dass uns die Last eigener Verantwortung, die wir bereits als etwas altertümliches, als eine Mode von gestern, empfinden. Hier rekurriert Anders auf seinen Grundaspekt der Verälterung Antiquiertheit, aber es beruht sich zugleich auf einen Aspekt Bequemlichkeit, von dem ich oben sprach, ein für allemal abgenommen bleiben wird. Wo der gute alte Arnold Schwarzenegger noch den Trainingsplan eines Bodybuilders mit der Arbeit seines Bildhauers verglichen hatte, Plotin benutzt dasselbe Bild wie Schwarzenegger, wenn er von der Anfertigung des inneren Standbildes der Seele spricht, würden sich die meisten von uns heute mit Vergnügen einfach per Knopfdruck den Körper aussuchen, der ihnen so sagt, mit eben der Leichtigkeit, mit der wir uns einen ab herunterladen. Mit demselben niedrigen Grad an Energieverschwendung können wir dies durch ein ganzes Spektrum an sogenannten Lifestyle-Drogen ergänzen, von Vitalin und einfachem Koffein bis zur Kokain und natürlich das ewig populäre Viagra und weitere dem sexuellen Auftritt geschuldete Steigerungsmittel für den Mann. Diese eben genannten pharmazeutischen Hilfsmittel rufen genau diejenigen Seiten der Fantasievorstellungen auf, die mich hier interessiert, weil Interventionen dieser Art lediglich Oberflächenverwandlungen hervorrufen, womit nicht gesagt ist, dass sie keine Nebenwirkungen besessen. Im Moment geht es jedoch darum, dass hier alles ganz wie in einem echten TV-Styling Illusion ist. Reiner Schein, das Make-up, die neue Frisur, vielleicht ein neues Outfit mitsamt all den Effekten der Inszenierung und der Beleuchtung, die zum Fernsehen mit seinen eigenen der Fantasiewelt geschuldeten Kunstgriffen gehören. Wenn die moderne Technik mehr zu versprechen scheint als ein altmodisches Mieder oder Korsett, wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückblicken, wo man ganz genauso zupflichtnahm zu operativen Techniken einschließlich der Rippenentfernung um Willen einer schlanken Teile, warum sollte man sich dann dem Musal des Sporttreibens und der Diät unterziehen? Warum nicht? Einfach die Fettabsaugung ausprobieren. Die Rückseite der Lifestyle-Magazins, die Late-Night-Show-Programming in den USA sind voll von Werbung, die die Vorteile des kosmetischen Eingriffs preisen, um seine Figur zu trimmen oder sein Gesicht von Falten zu befreien. Während durchaus auch ein paar junge Leute als mögliches Klientel für solche kosmetischen Korrekturen in Frage kommen, stellen vor allem Leute mittleren oder höheren Alters die Hoffnung gegen das Alten selbst irgendwie verbessern zu können. die eigentliche Zielgruppe dar. Moment. Wegen mein Alter nehme ich ein bisschen Kaffee. Altersunterscheide spielen auch Ausgründen eine Rolle, die etwas mit den unterschiedlichen Arten des Kapitals zu tun haben, um eine Art der Distinktion aufzunehmen, die Pierre Bourdieu in seiner gleichnamigen Studie zu Stil und Geschmack erforscht hat. Und auch Jean Bourdieu greift sie auf in seiner Untersuchung über das System der Dinge, das ist der Titel seines Buchs, den Verbrauchermarkt und seine Simulakren. Neben dem Kapital in Form eines Bankkontos oder Immobilienbesitzes gibt es auch das nicht kapitale Kapital der Arbeit, das denen Gewinn bringt oder schafft, die dies oder jenes besitzen. Und dann gibt es noch, wieder auf eine andere Weise, das Kapital, das die Jugend darstellt. Und das Kapital der Gesundheit und das der Schönheit, welches wiederum ein traditionelles Zeichen sowohl von Jugend wie auch von Gesundheit ist. Strategien der Körperoptimierung umfassend weisende Neuverpackung, eben das ist die Bedeutung von Optimierung eines Mangels. Mangel an Schönheit, Mangel an Gesundheit, Mangel an Jugend. In Form eines Überflusses an all diesen Dingen. Nietzsche sollte hier unser Schlüsseltheoretiker sein. Und zwar durchaus nicht aufgrund seiner technodarwinistischen Vorstellung vom Übermenschen oder besser gesagt einer akademischen Missdeutung desselben, sondern eher wegen seiner Analyse des Mechanismus des Ressentiments, die er in seiner Geleologie der Morale detailliert beschreibt. Das Ressentiment ist der Motor des Sklavenaufstandes. Eine Umwertung der Werte, der sich die Welt nach seinem eigenen Bilde zurechtschiebt. Und entspricht damit nichts anderes als eine Technik der Selbsttransformation. Eine Technik, die Mist zu Gold macht. Ein Mangel oder ein Defizit zu fühlen und überströmen. Etwas Negatives zu etwas Positivem. Eine Schwäche zu härter oder stärker. Und genau dies ist das Erbe, das das ästhetische Ideal bis heute antritt. Wie Nietzsche an derselben Stelle zu verstehen gibt, wo er vom ersten zum dritten Teil übergeht. Und zwar in der Wissenschaft der letzten und besten Installation des ästhetischen Ideals. Und das ist bekanntlich in dem dritten Absatz von der Genealogie der Moral. Diese ganzen Zusammenhänge sind durchaus kompliziert. Es ist auch ästhetische Möglichkeiten. Die Geburt der Tragödie, Apollon und Dionysus sind auch mit dem ernennten ästhetischen Ideal zu verbinden. Und man muss eben Nietzsche in, wie er uns gesagt hat, seine Ganzheit betonen. Daher wende ich mich nun Nietzsches Kritik des ästhetischen, das geht zum Geburt der Tragödie, Ideals des Sklavenmoral zu. Genauer dem optimierten, populären Ideal der Sklavenmoral, das uns in geeigneter Weise zum Transhumanismus und der Idee des Übermenschen zurückbringt. Übermensch sein als Jux und Profitstreben könnte man als zweiten Teil nennen. Wir Amerikaner, und ich bin selbst Amerikanerin, sind durchaus angetan vom Ideal des Übermenschen im Allgemeinen. Wir haben aus diesem Grund während des letzten Weltkrieges den Superman erfunden. Neben der Fetischierung, ich rede von Comicfigur, des Umlauts, ich mag sie auch ziemlich gern, ich tu die immer herein, begeistert uns jede Gelegenheit, wo wir können, das heißt jede Chance, die wir haben können, die uns erlaubt, das Wort über zu verwenden. Das bedeutet, dass wir eine große Vorliebe für Taxis haben, sowohl in New York als auch in L.A., Berlin und London. Wir finden etwas unwiderstehlich Anziehendes daran, drahtlos bezahlen zu dürfen zu können. Vollkommen unsichtbar per Kreditkarte über unsere Handys. Und hier ist ein gewisser technischer Zwang, eine gewisse Überlegenheit der Technik im Spiel, möglicherweise angeheitert in der näcklichen Stadt, besonders in New York, draussen gesagt zu bekommen, dass die Fahrtkosten, zu deren Begleichung uns unsere Telefon auffordert, zwei, drei, ja zehnmal so hoch sind als üblich, per Knopfdruck einfach akzeptieren. Wenn manche Leute schreiben, es gebe eine Verbindung zwischen Nietzsche und dem Ideal des Transhumanismus, dann ist der Superman das beste Beispiel, um darüber nachzudenken. Es ist schon auffällig, wie fließend man sich vom Übermenschen in seiner ganzen Vielsichtigkeit zu der Comicfigur des Superman hin bewegt. In Wirklichkeit ist dieser Übergang ein medialer, vom Text über die Bühne zum Film. Nietzsches erschreibende Lehrer, Zaratustra, der meint, dass die Lehre vom Übermensch verkündet, würde von George Bernard Shaw in seinem 1903 geschriebenen Stück in vier Akten Mann und Superman, das wiederum im Fernsehen 1917 mit Peter O'Toole in der Hauptrolle adaptiert wurde, in die englische Welt des Dramas überführt. Natürlich ist die Verknüpfung mit Nietzsche eine Karakatur. Und ebenso natürlich eine gefährliche, da sie verschiedenste Installationen des Transhumanismus durch, die Nazi Eugenie Quarkruft von Leni Wefenstahls, NS-Propagandafilm, Film des Willens 1930, über die unterschiedlich unterfütterten und auffrisierten Versionen oder überfütterten des Supermans, denn ich rede von körperlicher Überfütterung bis hin zu den Fernseher hin, selben Titel. Die Supermans sind nicht immer Bodybuilders wie Arnold Schwarzenegger. Und das letzte, der letzte Schrei, der nie Krieg, können wir sagen, ist der Teenager über Menschen Clark Kent in der Serie Smallville. Dennoch, schau hin oder her, das Ideal des Superman ist das Ideal des gleichnamigen Comic-Helden. Es ist zugleich das Ideal des transformierten Körpers, das Nazi-Ideal, das Ideal der androiden Lover aus dem 1978 ausgestrahlten Thriller Boys in Brazil, eine ganze Reihe von Fernseher- und Filmsupermännern. Und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass diese Technologie bald Wirklichkeit sein wird, dass das Leben, also erweiterte Körper perfektioniert werden, für immer leben können, wie der Autor und futurist Ray Kurzweil uns glauben machen will, oder auf universitärer Ebene auch die Förderinitiativen der verschiedenen Exzellenzklüster durch die National Science Foundation. Es handelte sich um eine Art Erasmusprogramm, wenn nur alle Wissenschaften sich zusammentun würden, so wie man auch an der Uni fest daran glaubt, viel mehr und in irgendwie gesteigerter Form produzieren zu können, wenn Forscher von mindestens drei Universitäten und mindestens drei Ländern, oder bedeutet dieses Minimum zugleich ein Maximum, teilhaben. Der Grundgedanke lautet also, um Willen eines Enhancements der Menschheit alles zusammenzubringen, alles auf eine möglichst aktive Weise zu konzentrieren. Und warum diese Aufgabe auch nicht in Angriff nehmen, sprechen wir nicht immer vor von Crowdsourcing und Schwarmintelligenz. Nun, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum hier Skepsis angesagt ist. Ich habe eben ausführlich Gunther Anders zitiert, der von 1956 bis zu seinem Tod in den 90er Jahren wiederholt in seinem Buch die Antiquität des Menschen die Frage nach der Scham aufgeworfen hat, angesichts der Wahrnehmung unserer körperlichen Defizite, die uns zugleich das Problem der menschlichen Natur überhaupt zu sein scheinen. Unsere unvollkommene Beschaffenheit, sofern man über Vollkommenheit und Unvollkommenheit mit den Augen Descartes abwagt, eine Scham, die wir dadurch zu meistern hoffen, dass wir unseren Unzulänglichkeiten mit dem Streben nach Perfektionieren begegnen, unseren Unvollkommenheiten durch Strategien des Anti-Aging und der Lebensausweitung. Wir können daher zu all den Belangen in Sachen Körperoptimierung auch Geier die Erde selbst hinzufügen. Das würde dem Denken James Lovelocks entsprechen und es würde zugleich heißen, den schlimmen Zustand unseres Planeten mit zu bedenken. Alle heute theoretisieren über die Natur als Natur. Die Ingenieure und jeder Traktorfahrer vernichten was von der altmodischen Natur, was immer das heißt, noch übrig geblieben ist, einschließlich der Tiere, Pflanzen und Mineralien für bloßes oder bares Geld. Und sie schauen lediglich auf, um zu bemerken, dass es bereits viel zu spät ist, um etwas dahan zu ändern. Afrika, Asien, Südamerika, wir holzen den Dschungel ab. Die Wälder, wir beachern die Pferien, versetzen Berge, betreiben Tagebau und durchbohren und fracken den Rest. Wenn es bei Anders vor allem um humanistische Fragen geht, beziehe ich mich auf etwas, das über das Menschsein hinausgeht, wenn auch nicht in dem Sinne, in dem die meisten Transhumanisten über das sprechen, was das Menschliche übersteigt. Auch die, die sich sogenannte Instrumentalontologie zu eigen machen oder Dinge, geben üblicherweise nur vor, als in kantischem Sinne Dinge zu denken. Ich rede hier für die Leute, die Marken in Englisch OOO oder Object Oriented Ontology. Das ist objektorientierte Ontologie, könnte man sagen. In meinen Augen könnte eine Art Phänomenologie als Lebenshaltung weiterhelfen, unsere obsessive Beschäftigung mit uns selbst in Klammern zu setzen, unser Fokus auf den Menschen in dieser Welt, die von so vielen Wesen bevölkert werden, die eben keine Menschen sind, nicht nur die Tiere und Pflanzen. Ich selber bin davon überzeugt, dass wir nicht ansatzweise über eine Botanik verfügen, die es uns erlauben würde, die Bäume zu verstehen, weil unser Denken einfach viel zu eng ist. Wir sehen zwar Samen und Blätter, wir sehen Zellen und diese Bäume für uns aufragen mit ihren Stämmen und Ästen, aber wir sehen niemals, wie man so schön sagt, den Wald, geschweige denn die Wälder inmitten der Wälder. Und ich würde in Einklang unter anderem mit Aldo Leopold und Orne Ness aber noch über sie hinausgehen, die Mineralien und Elemente mit einschließen. Warum auch nicht? Ich habe eingangs Goethe erwähnt, den Geist der Erde, des Wassers, der Luft und so weiter. Auch Kant erinnert uns an das Menschsein in diesem Sinne, um zwar im Zentrum seiner kopenikanischen Wende, die weniger ein Programm darstellt als eine kritische Betrachtung der Conditio Humana hinsichtlich nicht des Faktums, das Namen Kant als gegeben an, sondern hinsichtlich der Bedingungen der Möglichkeit eines solchen Wissens und einer aus ihm folgenden oder zukünftigen Wissenschaft, eine Wissenschaft, das künftig werden könne. Kosmetische Interventionen gegen die eigenen Unvollkommenheiten arbeiten letztlich mit Schminke. Man nimmt es selbstverständlich hin, das ist die Alltäglichkeit, von der andere spricht, dass man gar keine andere Wahl habe, als zu immer mehr kosmetischen Techniken zur Flucht zu nehmen, dass man auf immer mehr Make-up zurückgreift, um die kleinen verräterischen Narben zu überdecken, sich für Folgeprozeduren entscheidend darauf zu bauen, man fängt an, man hört nicht auf, auch im Extremfall bien entendu auf ewig funktionieren wird. Eine durchaus beschwerliche Wahrheit für den alternden Michael Jackson, die jedoch wie einige weibliche Filmstars es auf dramatische Weise vorführen, in einem erstaunlichen Grade verinnerlicht werden kann. Es verhilft zu mehr Weiblichkeit, insofern Männer im Gegensatz zu Frauen eher selten Make-up auflegen. Als weiblicher Filmstar entscheidet man sich für ein geflicktes, aufgeblasenes, übertünliches Aussehen und führt dies auch filmreif im Glanz und Gloria bis zu Ende vor. Der entscheidende Punkt ist die Instandehaltung, ein fast technischer Terminus, wo es um kosmetische Chirurgie und Zahnmedizin geht. Und genau diese tagtägliche Absorption macht die gemeinsame Bedingung der Technik aus. Sie verlangt vollständige Hingabe. Man investiert nicht ein bisschen, man lebt von nun an aus dieser Bedingung. Sich dafür zu entscheiden, ob man nun für die Zähne Kronen aus Porzellan, Furnier oder Aquilaminat oder über seine Zähne stülpt, man verbringt von nun an eine Menge Zeit beim Zahnarzt. Oder aber man sieht aus wie ein neugränischer Kopfjäger mit seinen angewetzten, spitz zu läufenden Zähnen. Man kann nicht aufgeben. Auf Botox oder andere Injektionen zuzugreifen heißt, von nun an und für immer Besucher beim Dermatologen abstatten zu müssen. Aber selbst wenn man sich nicht für den Zahnarzt oder den kosmetischen Eingriff entscheiden muss, schon durch schlichte Entschluss, sich die Haare zu farben, bzw. deren natürliches Wachstum einzudämmen, führt dazu, dass man in regelmäßigen Abständen einen Frisursalon aufsuchen muss. Die gegenwärtigen Anti-Aging-Technik im Gegensatz zu kosmetischen Reparatoren sind hier nicht so ganz erfolgreich. Nietzsche und wir dürfen daran erinnern, dass er kein besonders langes und in irgendeiner Weise optimiertes Leben genoss. Nietzsche hat bereits am Ende seines 19. Jahrhunderts in seiner kurzen Bemerkung gegen den Kronarismus festgestellt, dass die Strategien im Blick auf ein längeres Leben immer davon abhängen, auf welchen Typ von Körper sie angewendet werden, sowie die athletischen Jugend oder jugendlichen Gestalten, die uns die Produkte für Gesundheit und Jugend anpreisen sollen. Es sind keine Techniken, die den selben Typ Körper hervorbringen können. Die individuellen Resultate sind grundverschieden. Das zeigt jedes kleine Stück Papier, wie man immer kriegt. Die Reklame sind immer sehr, sehr sorgfältig. Also hier machen wir über einen kleinen Zufluss zu Nietzsche anders und heutiger. Definitionsgemäß können wir über Strategien der Körperoptimierung nur in der Theorie sprechen, also abgesehen von ihren Anwendungsgrenzen in der Praxis. Wenn Nietzsche sich daher im Zusammenhang der Frage nach der Vernunft in der Philosophie auf den Leib bezieht, den er an anderen Stelle eine große Vernunft nennt, dann handelt es sich dabei, für Astrux-Fans gesprochen, um eine Gespött des Obelix angesichts des grundsätzlichen Unterfangens der Philosophie. Dem Leibe diese erbarmungswürdigen, ideefixte Sinne, behaftet mit allen fehlenden Logik, die es gibt, widerlegt, unmöglich sogar, ob er schon frech genug ist, sich als wirklich zu gebärden. Das ist natürlich ein Zitat. Ich habe also zunächst von Nietzsche gesprochen, da etliche Interpreten behaupten, er dränge uns dazu, zu Übermenschen zu werden, allesamt und wäre seine Autorität nicht bereits grund genug, jede Form des Körperenhancements aufzugreifen, die wir unter die Finger bekommen. Auf einer vordergründigen oder vielleicht sogar auf einer ganz besalen Ebene scheint Nietzsche der Bilderbuchphilosoph für die post-humanistische Bewegung zu sein, für das Favorisieren eines Menschentums 2.0, für ein Übersteigen des Menschlichen, allzu Menschlichen mit seinen antiquierten Begrenzungen, seinem Geschmack nach der Kirche und ihren Instruktionen, ihrer Gottes-Ebenbildlichkeit und all diesen Dingen. Nietzsche als der Prophet des Übermenschen, wie er den Menschen als das, ich zitiere, noch nicht festgestellte Tier charakterisiert. Wir können dieses noch nicht festgestellte oder noch nicht determinierte Wesen des Menschen auch als unsere Anpassungsfähigkeiten bezeichnen, als unsere Fähigkeit, unsere evolutionär oder biologisch hervorgebrachte technische Sprache zu nutzen, die man auch unsere Intelligenz nennt, insofern wir unterstellen, eben sie unterscheiden uns von den Tieren. Nun stellt sich heraus, dass Tiere durchaus über Intelligenz verfügen, und zwar sowohl über kognitive als auch emotionale Formen von Intelligenz, genau wie wir. Aber diejenigen, die am menschlichen Unterscheidungsmerkmale Intelligenz festhalten wollen, schäden sich natürlich nicht darum. Unsere brutale Gefühllosigkeit gegenüber Tieren ist sogar Teil jeder Super-, Post- oder transhumanistischen Argumentation. Genau dieser Anthropozentrismus des Transhumanismus und seine Spielarten erlaubt es der Forschung überhaupt erst, Forschung im modernen Sinne zu sein. Es heißt, Forschung in einem physikalischen, körperlichen, das heißt experimentellen, heiliger Wurde sagen, technischen Sinne zu sein. Eine Forschung, die Forschungsinstitute, Forschungseinrichtungen und Förderungsinitiativen verlangt. Die Forschungen, die sich mit dem Body Enhancement befassen, bauen auf der WW-Sektion auf, wie sie von Claude Bernard und über ihn hinaus praktiziert wurde. Auf Techniken, die die lebenden Körper leidenden Tiere, Primaten, Schweine, Katzen, Hunde, oder zahllose Nagetiere und so weiter, dazu verwenden, um ganz ordnungsgemäß auf Kosten ihres der Forschung geöpferten, so der Terminus technicus, lebens die Wissenschaft heranzutreiben. H.G. Wells, das ist die amerikanische Schriftstelle, grausame Erzählung von 1896, The Island of Dr. Moreau, ist die allegorisierte Geschichte der Lebenswissenschaften, insofern sie die Geschichte des vermeintlich befreienden Versprechens einer sich nach und nach vollziehenden Vermenschlichung des Lebens erzählt. Im Sinne einer Transformation rein tierischen Lebens werden zugleich, und dies mag sie zu einer Allegorie, die reale Geschichte des Lebens innerhalb der praktizierten Biotechniken wiedergegeben wird, das Leben wirklicher Individuen, die tausend einzufählen. Aber wir brauchen keine Science Fiction. Die tagtäglich durchgeführten Strategien der Körperoptimierung tun schon das ihre. Wir verpflanzen Herzen und vergessen dabei, dass der Spender oder die Spenderin jung sein müssten, damit es sich überhaupt lohnt. Und vor allem vergessen wir, dass sie als Sterbender noch nicht tot sein dürften. Wir willigen im Leben Transplantationen ein und vergessen dabei die Unwahrscheinlichkeit eines Über- und Weiterlebens, nicht nur des Spenders, sondern im Blick auf das Risiko auch des Empfängers. Und wir können auch hier wieder die Kionik anführen, die ich eingangs schon genannt habe, als ein technisches Unternehmen, das auf der Erwartung fußt, nicht nur ein Herz, sondern einen ganzen Körper transplantieren zu können. Die erfolgreiche Verpflanzung von Köpfen von einem Körper auf einen anderen ist eines der neuesten, die Forschung befeuernden Unterfangen. Aber nichts, was gerade aktuell ist, ist wirklich neu. Mein alter Kollege an der Georgetown University, der österreichische Neurowissenschaftler Karl Pribram, hat bereits solche Kopfverpflanzungen vorgenommen, indem er vor mehr als einem halben Jahrhundert die während seiner Arbeit vor bluttreifenden Köpfen von Affen verwendete. Nun, in solchen Experimenten überleben weder die Spender noch die Empfänger. Das Kriterium für den Erfolg ist auch eher bescheiden. Den neuen Kopf auf einen paralysierten Körper zu transplantieren, heißt, für das Sterben noch etwas länger zu brauchen. Und Pribram hatte 50 Jahre lang großen Erfolg, wie die neuen Experimente zeigen. Er wusste, dass er bestanden hatte, sagte er einmal. Er wüsste es, weil ein Affe, dieser Affe hat ihn nie gemocht, ihn offenbar so gehasst hat, dass er ihm mit seinem transplantierten Kopf, die schon abgeschnittene, knuck in den Fingerbiss, bevor er vor Qualen starb. Pribram hat diesen Biss niemals vergessen. Er verlor dabei die Finger. Wenn wir unsere Intelligenz und unser Geist als einzigartiges Unterscheidungsmerkmal von den Tieren und Pflanzen begreifen, wie Aristoteles es behauptet, und wir müssen in unserer philosophischen Erörterung des Menschlichen noch über ihn hinausgehen. Wer weiß, was der Taubegott im Kreuchen der Tiere in den Laboren, den militärischen Forschungseinrichtungen, den biotechnischen Anlagen und Schlagthäusern vernimmt. Es kann durchaus sein, dass sich auch hier, wie an so vielen anderen Stellen, eine unlösbare Theodizee verbirgt. Dennoch halten wir uns auch für das religiöse Lebewesen par excellence. Für das Tier, das über einen Glauben verfügt und fähig ist, sich an diesen Glauben bis zu seinem Sterbetag zu klammern. Man will eher das Nichts, wie Nietzsche schreibt, als nicht zu wollen. Dieser Wesenzug entspricht dem Humanismus des Post- oder Transhumanismus, wir unsere menschliche Einzigartigkeit nennen könnten, also unsere Überzeugung, dass wir anders, höher, besser als andere Lebewesen sind. In einem gewissen Grad vermag diese Vorsetzung auch hinter dem gegenwärtigen Wünsch stehen, uns selbst als anderweitig unvollkommener Wesen gewissermaßen zu revidieren. Wenn Karl Prebrams gleich vorher erwähnte Leistung, Köpfe von einem Körper auf einen anderen verpflanzen zu können, das bislang unüberwindbare Problem der Wiederbelebung bei durchstrennten Rückgräten zu überwinden in der Lage wäre und die älteren Menschen freudig ihren Körper austauschen konnten, dann, warum soll man sich dann noch mit den Altlasten beschäftigen? Warum mit der nächsten Generation sogar, wenn es doch einer Generation in welcher Form auf immer möglich ist, auf unbestimmte Zeit vorzubestehen? Wer unter den Reichen und Mächtigen würde sich wohl dafür entscheiden, zu sterben? Wenn man seinen alten Körper für eine neue Version gewissermaßen abschalten kann, nachdem diese von dem Gehirn des augenblicklichen Inhabers, also einem bloßen Detail, gesäubert würde, why not? Selbstverständlich würde Ray Kurzweil diese Option wählen. Man fragt sich, ob man sich seinen nächsten Körper einfach aussuchen kann. Denn Kurzweil hat sein Verlangen für immer zu leben bereits so deutlich formuliert wie nur möglich. Und ich denke, er hat jede Menge Bundesgenossen unter den reichen Leuten. Und er wird weitermachen. Und das kriminelle Element, das in solchen Geschichten steckt, sobald der Reichtum dazukommt, noch verstärken. Es gibt hier nur ein Alter. Und das ist das Alter der Jugend. Und es gibt nur eine Form des Aussehens. Und das ist die Schönheit. Da ist kein Raum für irgendetwas anderes. Auch wenn das eine Fantasieprojektion ist, wir lassen nicht von ihr ab. Wir werden versuchen, uns zu schminken. Wir werden versuchen, uns die Haare zu färben. Wir werden Hormone und Vitamine und alles Mögliche schlucken. Und wenn irgendjemand mit einem neuen technischen Schuss aufwarten kann, werden wir auch ihn ausprobieren. Hautenge Jeans zum Beispiel, wo kleine elastische Fasern in den Stoff eingeworben sind. Dann die bereits erwähnten kosmetischen Operationen und so weiter. Genauso genommen würden wir jede Möglichkeit, die uns geboten wird, aufgreifen, solange es sich dabei nicht, wie Nietzsche betont, um Tod und Altern handelt. Es sind nicht nur die Philosophen, die einen Abscheu vor dem Leben haben und all dem, was es mit sich bringt. Wir alle haben das und wir bestehen darauf Verbesserungen. Wir wollen Fotos von uns, wir touchieren. Wir melden uns bei Coaches an, die uns dabei helfen sollen, unsere Lebensläufe und CVs zu korrigieren. Manche Leute heuern Experten an, die ihre persönliche Website gestalten sollen. Und andere holen sich Raten, sagen Facebook-Auftritt. Max Hochkamers vor einigen Jahrzehnten für öffentlichen Schriften scheinen die Welt der digitalen Präsenz im Fernsehen, in Twitter vorweg zu nehmen. Wenn er schreibt, dass die sogenannten großen Persönlichkeiten von heute die Maßenidole nicht echt sind, dann beagten sie, dass Hochheimer hier von den Stars der Bild-Zeitung spricht, den Schlagerwettbewerber, den Partner- und Heiratsvermittlungen im Fernsehen und so weiter. Nicht nur von Fußballstars und Warnfennfahrern, wenn er die sogenannten großen Persönlichkeiten erwähnt und festhält. Und dies entspricht heute noch viel mehr der Wirklichkeit als zu der Zeit, als er auf dessen damals nahezu unvorstellbaren Faktor hinwies. Zitiere, sie sind nichts als die öffentliche Vergrößerungen ihrer Fotografien, Funktionen, soziale Prozesse. Was Hochheimer schreibt, könnte man ebenso auf den Bereich des Digitalen beziehen, die Unwirklichkeit, den Boudoir als den hyperrealen und damit bestmöglichen Ort für die Optimierung des Körpers bezeichnen. Denn, wenn wir einen Großteil unseres Lebens online verbringen, warum sollten wir dann nicht das Bild auf Kosten unseres realen Körpers perfektionieren? Warum nicht online Beziehungen pflegen, selbst dann, wenn dies zulasten der unmittelbaren Verbindungen unseres alltäglichen Lebens geschieht? So legen entsprechende Studien nahe, dass die Leute es heute vorziehen, so der Bericht der Psychologen, zu simsen oder twittern, als ihre Zeit am Telefon zu verschwenden mit all den damit verbundenen Unbekämmlichkeiten oder schlimmer noch, den anderen gar persönlich zu treffen. Denn zentraler Telefonservice für Studenten in London, eine Depressions-Hotline, lässt den Studenten beispielsweise die Option offen, eine SMS zu schreiben und ihre Erhebungen zeigen, dass mehr Studenten auf diese Möglichkeit zurückgreifen, als auf die einfach anzurufen. Körperoptimierungen online Und dann gibt es dieses amerikanische Catfish-Phänomen. Wenngleich ich sicher bin, dass es ebenso global ist wie das Netz. Also vorzugeben, dass man jemand ist, der man gar nicht ist, um mehr interessierte Friends für seine Online-Beziehungen zu gewinnen. Das scheint überhaupt die bestmögliche Strategie der Körperoptimierungen zu sein. Ohne jede Schattenseite, mit Ausnahme vielleicht dieses Transsexuellen, der seinen Online-Lover betrug, dass er ihm Glauben machte, er sei eine Frau, und dann in einem Treffen einwilligte. Ein wasch, echtes leider. Kleingame. Ich meine den Film mit verheerenden Konsequenzen, er ist gemordet. Der Catfish ist eine Art Online-Gespenst, das eine Fantasie-Facebook-Account bewohnt, ein Geisterfahrer im Netz der Lügen. Aber das beschränkt sich nicht auf die USA. Japanische Geschäftsmänner büchen Urlaube und bezahlen echtes Geld dafür mit vorgetäuschten oder virtuellen Freundinnen. Andere Online-Dienste bieten Simulacra von Freunden an, wie in den 2013 in die Kinos gekommenen Film Herr mit Joaquin Phoenix. Und nicht zuletzt zeigt der Cult-Film 2001 ein Space Odyssey von Stanley Kubrick, was es bedeuten könnte, sich mit einem Rechner, dem Supercomputer Hall, zu identifizieren. Wer bedarf schon wirklich einer realen Person mit ihren realen Abweichungen von den Bedürfnissen, die man so hegt und den Gründen, warum einem ein Freund primär nützlich sein könnte? Auch dies lassen Sie es uns das Stepford Wife oder Value of the Dolls Phänomen nennen, ist Teil der Körperoptimierung. Braucht man wirklich die Beziehung zu einer realen Person? Wäre nicht ein Roboter in vielen Hinsichten besser? Dieses Argument beginnt die Leute nicht zuletzt dann zu beschäftigen, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der sich um ihre alternden Eltern kümmert. Warum sollte das kein Roboter tun? Menschliche Betreuer sind antiquiert, können gefühllose Seiten aufweisen, stehlen häufig und klauen sogar und sind auf jeden Fall unhöflich. Warum also nicht einen Roboter für die Pflege von Oma oder Opa engagieren, wenn er doch in der Lage ihnen anbegrenzte Aufmerksamkeit zuzuwenden und endliche Geduld gegenüber ihrer Langsamkeit, ihrer Taubheit, ihrer Vergesslichkeit? Das ist eine Frage für uns. Was mag es schon aus, dass es sich dabei um eine Maschine handelt, die nicht echt ist und dass es die Realität weniger sein könnte als die Brille auf die Aufmachung? Die individuellen Resultate natürlich können vollkommen unterschiedlich sein oder weniger oder mehr sein. Das Herzstück des Katwisch-Phänomens ist in der Tat verwandt mit dieser einseitigen Gestaltbarkeit und Nichtrepositivität. Das bezieht sich nicht auf Gegensätzlichkeit. Ein Freund, der ein Freund um unser Selbstwillen ist, als wäre es ein wirklicher Freund. Damit ist zugleich zwangsläufig ein Sexismus verbunden. Für andere attraktiv zu sein bedeutet, über einen optimierten Körper verfügen zu müssen. Der Oberfläche nach oder tatsächlich jung zu sein, hübsch, freundlich, nicht dazu kompliziert, eine leichte oder quirlige Persönlichkeit ohne lästige Tiefen. Dies ist natürlich genau das, was jede Prostituierte geschäftsmäßig anbietet. Und es ist das, was es so leicht macht, online vorzutauschen, man sei eine solche Person. Ich möchte hier zwei Punkte hervorheben, einen mit Hilfe von Max Horkheimer, der sich auf das bezieht, was ich bereits oben zitiert habe. The so-called great individuals of today. Das ist das Zitat, ich mag das auf Englisch, war es geschrieben auf Englisch. The idols of the masses are not genuine individuals. They are simply their own publicity enlargements of their own photographs. Und wir denken, dass diese Vergrößerung ihrer eigenen Bild ist eben, was wir haben. Wir haben das mit Obama, wir haben das auch mit Angela Merkel und so weiter. Dass man, so möchte ich das betonen, seine Online-Präsenz steigern kann, prinzipiell ist für jeden erlernbar. Selbst diese Wing-Vorlesung, und hier komme ich zum Schluss, ist auf eine eronische Weise ein Teil des Ganzen. Außerdem, und dies gehört zum zweiten Punkt, das wird der letzte sein, ist Optimierung ein strömlinienformiger Begriff, eine kompromislose Strategie mit Umgang mit Trade-offs, also mit gegenläufigen Abhängigkeiten. Optimierung ist mit anderen Worten eine Art kalkulierte Verschlimmbesserung. Man versucht dabei, die erwartete Verbesserung bis zu dem Punkt zu maximieren, an dem man in der Lage sein wird, eine voraussichtliche Kehrseite wahrzumachen. Alles hier wiederum zu betonen, alles das bedeutet nur um, dass es auch hier trifft. Alles was zählt, ist das Aussehen. Dies kann uns helfen, den Internet-Slogan des Memes, wie wir das nennen, zu verstehen. Im Internet weiß niemand, dass du ein Hinrund bist. Das spielt die kognitive Dissonanz eines Witzes wieder, das darauf aufbaut, dass der Satz in seiner wörtlichen Bedeutung ein echter Hund benutzt das Internet mit der erstaunlich offensichtlichen Misogynie, die ein fester Bestandteil des Internet ist, zusammenfällt. Ein Hund bedeutet in der englischen Umgangssprache eine unattraktive Frau. Das Internet setzt sich überwältigend in Teilen aus Trollen, also Provokateuren und belästigten Frauen zusammen, was erstaunlich wenig zum Thema gemacht wird. Und hier wird es, sobald die körperliche Optimierung ins Spiel kommt, sei es nun virtuell oder über soziale Netzwerke vermittelt, zu einem Geschlechterproblem. Wenn eine Frau einen Mann trifft, der nicht das ist, was er zu sein vorgibt, wird, wenn sie ihm persönlich begegnet, das geringste ihrer Probleme sei, dass er sich als alter, fetter, kaller oder kleiner erweist, also ein Lein behaupteter zu sein, denn sie könnte natürlich sterben dabei. Sie wird weniger enttäuscht, könnte man meinen, von seinem, wie Männer, tatsächlichen Aussehen, als dass er sie tötet. Tatsächlich kann von Frauen mit optimierten Körpern und optimierten Persönlichkeiten, zum Beispiel wird von Frauen verlangt, dass sie freundlich sind. Und das bedeutet immer den Männer gegenüber aufgeschlossen, wenn sie stutzend erwartet werden, dass sie allen Ankömmlingen zur Verfügung stehen. Und in den USA, natürlich in Kalifornien, hat diese Erwartungshalten zuletzt dazu geführt, dass es auf dem Campus eines Colleges zu einem Massen-Amok-Lauf kam, angekündigt in den Sozialmedien, von einem Mann, der seinen Zorn gegenüber einer Frau erklärte, die seine Erwartungen enttäuscht haben. Er meinte alle Frauen, Frauen haben so und so zu sein, also optimal, und wenn sie es nicht sind, können ihre Bewunderer mit Aggressionen auf sie oder gegen sie schlagen. Hier tun sich eine ganze Reihe, ich gebe das zu, von Frauen auf, Frauen, nicht Frauen, 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 Männer, Frauen, alle Frauen, eine ganze Reihe von Fragen auf. Aber ich greife hier nur das Thema der optimierten Erscheinung auf. Wo Lidschatten nur eine gewisse Reichweite hatte, bieten neuere Technologien, die schnelle Eintatouierungen eines dauerhaften Lidschatten, neue Möglichkeiten des sich alten Enhancements an. Wie zum Beispiel auch verschiedene Kunststoffe zu Lippenaufposterungen und so weiter. Eine winzige Referenz hier kann den Unterschied schlechthin bezeichnen, wie es auch die englischschwackige Werbung für die kosmetischen Prozeduren aufgreift. Wake up with your make-up. Wenn man ein biotechnisches Implantat oder eine entsprechende Aufrüstung bekommen kann, die den notwendigen, den nachfärben, geschuldeten Gang zum Visur überflüssig macht, why not? Und damit kommen wir zu der anfänglichen Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis zurück. Absolut keiner dieser Biotechnikern jenseits der Schönheitspflege nach das Problemen existiert. Und all unsere Debatten beruhen bislang lediglich auf der Erwartung, dass die entsprechende Technik sicher bald vor der Tür steht. Nach Aussage der Theoretiker ist das einzige, was wir dazu brauchen, mehr Forschung und wenige Restriktionen in finanzieller, ethischer oder sonst irgendeiner Hinsicht. Der Denker der Frankfurter Schule, Max Horkheimer, hat mehr getan, als unsere Vorliebe für Facebook und die selbstvermarktenden einen Techniken vorauszusagen, die eine logische Erweiterung jenes optimistischen Enthusiasmus darstellen, denn die Frankfurter Schule ist das Zentrum der Massenkultur herausgestellt hat. Nach Horkheimer schließt er unsere Tolerierung der Widersprüche des Westens ein, den hollywoodmäßigen Kapitalismus, der, wie er meint, die Prinzipien, zu denen er ein Lippenbekenntnis abgelegt hat, wenn, mit den Worten von Huey Long, jeder Mann ein König sein kann, dann, warum, meint er, warum kann nicht auch jedes Mädchen, dessen Einzigartigkeit in seinem spezifischen Typ besteht, ein Filmstar, einen Queen sozusagen, werden? Horkheimers Bemerkung hier unterstreicht, was Sedono in seinen Schriften über die Kulturindustrie, die sogenannte Ubiquität, nennt. Über Horkheimer mag darüber hinaus eine entscheidende Beobachtung, die üblicherweise vergessen wird und sich doch unmittelbar auf das transhumanistische Ideale solches bezieht. Und ich möchte das wieder betonen hier. Der perfekte Übermensch, für den niemand ein Dringlicher gewarnt hat als Nietzsche selbst, ist eine Projektion der unterdrückten Massen, das ist Horkheimer, eher King Kong als César de Bordia. Der hypnotischen Bann dieses gefälschten Übermenschen entstammt, wie Hitler es verexerziert hatte, nicht so sehr dem, was sie denken oder sagen, als vielmehr ihren Gestik, die ein ganz bestimmtes menschliches Verhalten festlegen, denen, weil sie durch ihre industrielle Erwicklung, ihre Spontaneität, beraubt sind, gesagt werden muss, wie man Freunde und einflussreiche Leute für sich gewinnt. Der verbesserte Körper ist ein menschliches, allzu menschliches Ideal. Und ihm setzt Nietzsche ganz bestimmt nicht die Vision eines Dale Carnegie entgegen, einen Optimierungsplan dafür zu entwickeln, irgendwelche Leute zu seinen Freunden zu machen, sprich nach irgendeiner Anweisung, Einfluss auf sie zu nehmen, sondern, vielmehr, sich, vielleicht eher wie Goethe, selbst als ein Ganzes zu erschaffen, als eine Totalität, als ein In- und mit allem möglichst umfassendes menschliches Wesen. Dies ist es, was Nietzsches Transhumanismus hätte sein können. Nun, das ist, wir können denken, dass Nietzsche dann spricht von einer Herausforderung im Blick auf dieses transhumane Ideal über die Deutschen hinauszugehen, wenn etwa, wenn er betont, dass Goethe kein deutsches Ereignis war, wie er sagt, sondern ein europäisches. Nietzsche erläutert dieses über das Deutsche hinausgehende Abgrenzung etwa, wenn er gegen Ende seiner Götzendämmerung schreibt, die ausgesprochene, vielsichtige Figur Goethes sei ein großartiger Versuch gewesen, das 18. Jahrhundert zu überwinden durch eine Rückkehr zur Natur, durch ein Hinaufkommen zur Natürlichkeit, der Renaissance, eine Art Selbstüberwindung von Seiten dieses Jahrhunderts. Er trug dessen stärkste Instinkt in sich, die Gefühlsamkeit, die Naturidolatrie, das Antihistorische, das Idealistische, das Unveale, Unrevolutionäre. Letztes ist nur eine Form des Unvealen. Er nahm die Historie, die Naturwissenschaft, die Antike insgleichen Spinoza zu Hilfe, vor allem die praktischen Tätigkeit. Er unterstellt sich mit lauter geschlossenen Horizonten, löste sich nicht vom Leben ab, Nein, er war nicht versagt und nahm es so viel als möglich auf sich, über sich in sich. Was er wollte, das war Totalität. Er bekämpfte das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefühl, Wille, in abschreckendster Scholastik durch Kant geprägt den Antipoden Goethes. Er disziplinierte sich zur ganzen Zeit, erschuf sich. Hierbei handelte es sich zweifellos um eine andere Art verkörperte Optimierung. Aber sie zu hörten, bedürfte es eines weiteren Semesters oder einer weiteren Ringvorlesung, die sich einer Untersuchung von Nietzsches über Menschen widmen müsste. Dem vollständigen Menschen Goethes hervorsteckendsten Eigenschaft, wie wir eben in dem Zitat aus Götzendämmerung gehört haben, diesen langen, war eine Totalität im höchsten Sinne, eine Vornehmheit, der nichts Menschliches fremd war, eine Güte, die nichts außen vorließ, die es transformierte, die es auf den höchsten Stande, wo sie hob, das Sein eines ganzen Menschen, der sich mit Nietzsches Worten den ganzen Umfang und Reichtum der Natürlichkeit zu gönnen wagen darf. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Geduld. Vielen Dank.